Fünf Menschen, bei denen es um das Wichtigste geht. Die Gesundheit. Fünf Individuen, die ihr Leben so gesund wie möglich leben. Fünf Mutmacher, die ihre Chancen für ein gesundes Leben nutzen. Denn alles, was sie brauchen, um ihre Gesundheit zu leben, haben sie schon. Und du bist an ihrer Seite. Betrachte ihr Leben und ihre Bedürfnisse durch deine Augen. Entscheide, was für deine Gesundheit gut ist.